Ja, liebe YouTube-Freunde, der Bauer Hause ist da auf seinem Blumenfeld und links hinter mir steht das Auto, Polizei mit Radar. Die parken da auf meinem Blumenfeldparkplatz, was ich eigentlich gar nicht liebe. Ja, ich habe da mit den zwei Polizisten gesprochen. Sie dürfen das auf meinem Platzradarkontrollen machen. Ich kann da gar nichts dagegen tun, auch wenn ich es nicht liebe.